Ah, hier, Uga, nimm mal die Brille von der Klinik. Die Brille, Brille. So, alles klar, aber jetzt geht's los hier. Steigt ihr bereit? Ich auch. Los geht's. Erstmal zum Eingewöhnen, ja. Das wird ganz schön spannend, ne? Ja, meine Damen und Herren, das ist er. Stellt euch vor, ihr sitzt in der Autobotschule im Garten und schaut jetzt hin und her. Und dann noch eine Brasche Bier in der Hand und Fußball hinterher. So, ein, zwei, drei, jetzt geht's los. Jetzt schießt mir vor mir oben. Asta, da bist du, baby. Woo, woo, woo. So, doch, 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 doch. Noch einer dazu. Noch einer dazu. Schwalk. Schlafen, schlafen, schlafen. Ja Leute, man muss einfach mal selber drinnen sitzen. Also auf geht's. Die pick ist jetzt schon ein bisschen. Für die nächste Fahrt hier. Ihr braucht kein Angst haben. Vier Mutige sind schon mitgefahren wieder. Ja. Wer ist denn jetzt die Bremse, Dina? Der schaukelt, der schaukelt um die Achse herum. 360 Grad um die eigene Achse herum. Schicka Baby! Wie sieht's denn aus? Wollt ihr mal eine Zugabe? Ich höre gar nichts. Ach scheißegal, wir machen es einfach nochmal. Ich halte dich mit dem Weimhoof. Auf geht's mit euch noch oben, die Nao. Ich halte dich mit dem Weimhoof. Yippie! Yuhuu. Leider hoch! Wir halten! So, jetzt wieder dabei sein, die Tickets zu sein für die nächste Wartier. Auf geht's! Leute, seid dabei jetzt! Ja, Tickets, Tickets, an der Kasse! The King wanted a voice, an der Kasse! Na, alles los, alles okay! Juhé!